So, und da sind wir wieder zum letzten End. Final Fantasy 10. Und ich bin mal gespannt, ob das mein Kopierer auch nachmacht hat. Das hat ihre Eieruhr nachgemacht. Genau. Hör, was ist denn da? Jetzt spreng! Toll, das Spiel hat versucht, dich zu verarschen. Nein, ich wusste, dass da nichts ist. Ich bin einfach entlang gelaufen. Ja, natürlich. Ja, ich kenne das Spiel auswendig, hallo? Ja, genau. Los, such dein komisches Al-Abdul-Dexikon. Hä? Ja, ich kenne die Alpharsprache da. Die kenne ich alle nicht. Ja, ich kenne die Alpharsprache. Ja. Jetzt schwimmt der schon wieder. Mein Logo. Da gibt es noch Blitzball in dem Spiel spielen. Ja. 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 Echt? Ja. Ja, wie geil. Das ist nicht geil. Ich kann das nicht. Ja. Es gibt bestimmte Missionen zum Eier. Ja. Du musst auch spielen, oder? Dann musst du gewinnen. Nee. Egal, ob ich gewinne oder verliere, es gibt was nicht weiter. Wenn ich ja gewinne, muss ich mehr Alpharsprache spüren, oder? Ich sehe, das ist nicht so einfach, das zu gewinnen. Ja, das ist dein Gensagen. Ich sehe, das ist nicht so einfach. Das ist nicht aufpassen, okay? Das ist nicht so einfach. Ich mein…… so eine Köln wie was HAAA was hast du wieder gesagt? äh ich meinte... vergiss das äh... ich bin zu äh... nah zu sinnen und ich bin so foggy also äh... ich weiß nicht wo dieses Ort ist oder auch wo du kommst seit du gesprochen hast seit du sprichst aber du bist noch жив okay ich bin zu jenen oh yeah all right back to practice ich bin wakka Coach HAAA wakka 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 so wakka wakka und lassen die Machina die Arbeit machen. Und dann, naja, schau mal, als Satan kam, und zerstörte die Machina Stadt. Und Zanarkand zusammen mit ihm. Ja, das war ungefähr 1000 Jahre vor. Wie du sagst. Wenn du mich fragst, sind unsere Schuldigungen, für die Dinge aus der Hand zu lassen. Was geht's mit dem? Ja. Mhm. 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 Oh. Oh. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Hahaha. But you from the Zanark and Dave's, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? Haha. But you gotta figure, a team living in Luxury like that would be pretty soft, eh? Aww. I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was, everything that happened to me. All this, started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just lived life until that time came. No more worrying about where or when I was. I'm sure it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. Nop. Can I get to help for you? I am going to help you, I am going to help you. Oh, my God. Okay, I want to help you now get to help you right now. What do you do now? Yeah, help me! I do help you with your help. Why am I getting hurt? Why am I getting hurt? Sicherheitsspeicher immer lassen? Wenn ich vorhin auch tun soll, dann müsste ich es nicht nochmals spielen. Hey, es ist hier! Jetzt geht er direkt hinter dich und schubs... Oh Gott, warum war mir das... Ey, das Spiel ist so vorhersehbar, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ist das so schlecht. Er springt jetzt... Wäre er jetzt auf ihn gesprungen, das wäre mir dann... Das wäre episch gewesen. Kopf gegen Kopf. Klong! Bei der K.O. ertrunken, Spielende. Nee, die sterben ja nicht. Die können ja irgendwie unter Wasser atmen. Oh Gott, sie werden angegriffen. Oh, Scheiben. Scherben. Doch nee, ne? Er kämpft mit einem Ball. Hey, Schatz! Der wird einem Ball abgeworfen. Wie schlecht ist das Spiel? Der Ball des Todes. Ich finde die Idee eigentlich genial. Das Plastik hat ihn so hart am Kopf erwischt. Ey! Das tut mir richtig weh, wenn man ein Basketball gegen Kopf bekommt. Das ist ein Blitzball, also bitte. Das ist halt ein Volleyball, es tut aber genauso weh. Das ist ein Wasserball. Das ist ein Blitzball. Der Ball ist ein Blitzball. 2-1-2-2-2-3-2-3-2-3-4-4-5-5-4-5-6-4-4-5-4-5-6-6-5-6-5-6-5-7-6-0-1-2-6-6-6-5. ja das hat mir überhaupt für haare ja im wasser bleiben sie sogar steif und hart ja schwimmen gegen den stein alles klar das war die kiste ne ich meine den stein da ist doch gerade wie mit dem stein da geschwunden nein das war die kiste ne das hinten dran warum musstest du jetzt noch auswählen das sind alle gleich DANG ha 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 wie kass der wirft dich so hart mit dem Ball ab ha ha shit BAM ha 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 das Geräusch dazu macht mich richtig fertig ha 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 der Typ ist mein neuer Held ha 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 scheiß auf deinen Tairus schien diesen Humor da so genial er ist nicht genial aber hat man den später noch na loko wooo der muss Sinn töten mit dem Ball auf DOOM BAM ha 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 der steht da einfach nur von diesem riesigen Monster und wirft einfach nur so Ball drauf auf DOOM ich find's schwer cooler Sonic Boom ha 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 bis zum oh yeah wir sind ein Level ausgestiegen oh geil ich hab gehofft da wär noch ne Trühe oder so ja ja da 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 wo kommst du denn ein Lederball yum 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 fressen PAM ha 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 scheiße ich find's zu geil so genial hey er braucht nur 16 AP dann hat er ein neues Level wer dein oh oh Titus ب ja ich du 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 willst mich auf deinem Team, oder? Ich bin nicht so... Ich bin nicht so groß... Ich bin sicher, dass jemand da dich erinnern wird. Dann kann dich zurück zum alten Team sein, oder? Es wird Spaß. Come on! What do you say, huh? Come on! Come on! Come on heißt komm schon nicht, oder? Mein Englisch ist ja auch nicht perfekt, aber ich hoffe, dass es besser werden können. Tch! Sie waren die einzige Dinge, die Spira und Xanarkin in common hatten. Ich war nicht zu weit weg. Das ist, wo ich geboren wurde. Ich habe angefangen, als ich 5 Jahre alt war. 5 Jahre alt war. Ich habe die Oraks in 13, 10 Jahre vor. 10 Jahre. Und wir haben nie wieder gewonnen. Na gut, nach dem letzten Jahrs Tournament, habe ich verletzt. Die Zeit sieht richtig aus. Aber warum ist der auf einmal so groß und du so klein? Weil der höher stand. Aber auch nur so ein bisschen. Das sah gerade so krass einfach nur aus. Nein, der Typ ist einfach nur riesig. Ja, er ist schon größer wie ich, aber trotzdem war schon trocken höher. 10 Jahre ohne Haare sind größer wie ich. Mein erstes Spiel im letzten Jahr war meine große Chance. Aber was anderes war auf meinem Kopf. Ich konnte nicht fokussieren. Schöne Entschuldigung. Hey, hey! Also, willst du das nächste Tournament gewinnen? Geh raus mit der Bank. Guck mal, die Erde ist da total rund. So, was ist unser Ziel? Sieht aus wie eine Kugel. Ich will den Pokal, den ich niemals holen werde. Ja, und er will den Pokal, den ich niemals holen werde. Ich kann mich glücklich gehen. Nein, 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 nein. Wenn ich sage, was ist unser Ziel? Du sagst, Krieg! Wenn du in einem Blitzball-Tournament spielst, spielst du, um gewinnen. Krieg? Nein, 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 nein. Du bist passiert. Aber ich meine, aber ich schaffe mir das nicht. Nee. Egal. Laufen wir eigentlich. Ikal. Ja, ist bestimmt schmiert er gleich ab oder wassit? Wer jetzt kommt, der Katze in der Feld bin. Ja, er ist eine Katze im Meer. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Ah... Oh, ich brauche einen Pottigart. Okiis Was? A Cr arrives the Crusaders umゃ. Yeah, Okiis. It's okay Okis Was stand noch da geradevor? Und Leute, wir beenden jetzt diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part des этим. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020